Musik 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 Jojo Leute, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Take It Light, dass wir es wieder hier abbauen und zusammen mit Sven und Fluturm Juhu Sven verzweifelt und fragt Google oder YouPorn oder Yahoo Ich frag YouPorn, Alter Oder Bing, YouPorn Boys, ja Oder Bing Also wenn ihr jemanden sucht und bei Google YouPorn Boy eingebt, dann findet ihr Sven Genau, das ist sein Künstlername Er verdient sein Geld mit Pornos Mit Gay Pornos Er will's bloß nicht zugeben, weil er schüchtern ist Oh, so viel Er sagt schon nichts mehr, du hast ihn eingeschwichtert, Wouter Schäm dich Ich hab ihn jetzt geoutet, deswegen Jetzt ist er längst weg mit seiner Karre und fährt irgendwo nach Kuba Nach Kuba Nach Kuba Ja, nach Kuba Ja, nach Kuba Er wird uns gemütet haben, dass er in Ruhe das Video angucken kann Hey, das ist eigentlich ne gute Idee Dann können wir ihn jetzt so weit sehen Erhörten sie eh nicht Also, so wie immer wenn er nicht dabei ist in unseren Folgen von Warface oder so Beleidigen wir ihn auch immer Aber von Warface, da sind sie auch angestanden, wie die Bekloppen Echte, um das Spiel zu spielen Da ist schon wieder ein Monster hier drin Was geht's denn da los? Ausleuchten Ja, es geht gut ausgeleuchtet, Alter Oh, das ist schlau, Alter Was? Ausleuchten? Ja, das hat was Oh, ne, wie der Typ das wacht Der Yukon Boy, ach so, das bist du Ich bin das schlauer als du Natürlich, ja, weil du brauchst du mit zwei, ich muss es jetzt umbauen auf drei Ja, das ist so kein Problem für dich, du, Genie Ah Ausleuchten labern? Ne, wollte ich nicht Äh, dann Flexis Faden Haben wir auch übelst genug Schwarzpulver Lones Kürbisse Hallo Was? Eigentlich, wenn die Aufnahme season hier vorbei ist irgendwann mal Irgendwann alles mit TNT Oh, der Server leggerad Nein, der Server leggerad nicht Nein, das ist klar, ich leg was rein, das geht nicht Warum hab ich Eisenbahn eigentlich in meinem Mittag? Hab ich eben auch nur gehob, fuck, das versuche ich Ach, fuck off, scheiße Ach, Paul, warum hab ich dronem voll... Ich versteh's nicht Samen Samen Samen, ja Wir haben schon drei irgendwie kaputte Bögen, ich mach mal da Der meiste Forte oder irgendwas Irgendwo haben wir auch einen Ambush stehen, kannst du auch reparieren, wenn du Levels hast Kannst du das so reparieren, Mann Hallo? Echt? Mit? Ja, einfach mal auf dem Crafting-Ding und dann... Aber der Server leggerad ist Hab der Server leggerad nicht, du hast einfach... Nee Nee Nein Also mit zwei Hebel krieg ich's jetzt schon mal hin Ach so, ja, Sven, dann damit ist das zu wissen Ich nehm den da Ja, nimm den Hab ich zwei Äh, mit zwei Hebel krieg ich's jetzt hin Kommt dann gleich, die weißen Disziplin, das hat drei umzubauen, aber ich baue das erstmal für zwei Okay Nee, mach mal so, dass es funktioniert Dann können wir gucken Ach, fuck Ich hab gleich keinen Bock mehr auf diesen hier auf dem Crafting-Ding Ich hab gleich keinen Bock mehr auf diesen hier auf dem Crafting-Ding Alter, Alter, voll immer in Brüche übelst Waste, Alter, warte fuck, geh ab Ich bin gleich tot Falsch Waste, bist gleich tot Alter, äh Warte fuck, Mord Fände ich jetzt irgendwie geil, wenn du einfach stirbst Äh, jo Ich auch Warte Alter, wie Warte 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 Action und Foto m es war dann doch unten im Brunnen immer wieder zu machen welches Loch ein geheimliches er wieso weil das wasser übel scheiße aussieht und und weil er schickt sich jetzt so es gibt so erneut das was zu essen ich habe 64 er hat nun so im Herbst weg Ehe Lille Lille Lü 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 Neu wo er es aufnimmt hey, dich ist gekickt gebannt gekickt und gebannt, alter ich hätte das Foto jetzt nochmal, mein Spaß das wär lustig gewesen wenn ich einmal beim Rift stehe und einfach warte ist ja das war's hier gewesen haltung ich kann ihn auch one hit, das ist immer einfach du musst sie nur Lunu nennen und dann aus dem Opfarm ist das, um es falsch also wir haben kann ja die Mobfarm, die ist auch noch die Mobfarm muss auch noch gemacht werden irgendwann mal Kippur, du würdest gerecht du würdest gerecht Dankeschön komm mal, das wär 30 Level was ich hier gerade verloren habe Foto, du würdest gerade verarschtauern Foto, du würdest gerade verarschtauern das ist mir egal, ich mach was ihr wollt Foto, du würdest gerade verarschtauern ja Titell, Wunder, du würdest gerade verarschtauern der Markus ist der Rikaros Was, Icarus? Ja, du bist der Icarus. Das ist ein Homo-First, wer nicht? Homo-First, der fließt denn jetzt. Warum? Sven ist doch der U-Porn-Boy. U-Porn-Boy. Und du bist der Homo-First bei U-Porn. Wir haben ein gemeinsamer Kanal. Boah, ich bin fett, hässlich, ich bin nackt vorm PC und Sven ist der U-Porn-Boy. Mit Game-Pornos. Mit dir zusammen? Nein. Ah doch, sonst geht das ja nicht. Ich komm nicht an meinen Chans ran, weil ich so fett bin. Das glaub ich ja auch so, das kleine Ding da. Überhaupt findest alles. Hey, warum bekomm ich hier die ganze Zeit Zombies rein, Alter? Wollt ihr mich nicht verarschen? Jo. Du wurdest verarscht. You were trolled. Äh, jo, du wurdest verarscht, Alter. Boah, Alter. Und dann verstehen sie Spaß. Welcome. Wir kamen zur Sendung und du wurdest verarscht. Ich bin auf jeden Fall noch fertig willkommen. Danach hab ich keinen Bock mehr. Ja, dann wurdest du verarscht. Und du hast jetzt nen Teich hier. Einen missgebotten Teich. Um genau zu nehmen. Oh. Oh, fuck. Ja, was war das jetzt? Das ist halt, das ist irgendwie so ein Horrorspiel. Ja. Das war Futur. Futur ist ein Horrorspiel. Sin, sin, sin. Oh, it's Rage, Alter. It's Rage, Alter. Ich hab auch gar nicht zugehört. Ich hab Whatsapp geschrieben. Ja. Er zerstört einfach alles. Ich hab's auf, das ist halt ein DIRTP-Blog, Markus und Spacken. Genau, ey. Mann. Warum ist ein DIRTP-Blog? Du bist ein DIRTP-Blog. DIRTP-Blog, Alter. Viel bessere Frage. Was ist ein DIRTP-Blog, Alter? ich bin so selber, du fress dir immer ah, ah, ich weiß, ah, ah, alles klar ah, geil du bist ein Dirtblock, oh, ja, ja ich bin ein Dirtblock, oh, la, la ich bin ein Taube-Bisschen, yeah ich bin ein Taube-Bisschen, yeah Taube-Taube-Bisschen, yeah der Beide ist scheiße Taube-Nisschen ist geil oh, 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 oh haben die Welt was das Bonafat zweit Zombies das ist gewohnt ist das wie ein Futur 19 ist es noch Riesenfläche habe keine Lust mehr ja von Tempel kostet schon ich glaube ich stelle die Bauarbeiten ein kann es mir helfen die Geräte ich muss jetzt hier kann ich dir wir kommen bis dahin ebenrum Scherbeziehungskind als Erziehbar Schwererziehbar ist der schwerlich der Zübers weil schwer bestimmt nichts mit Erziehung am Hut haben das Kind Schwererziehbar und er ist auf der Straße und der Scheiße ist er sein Mutter gesagt sie spielt aus und hat ein bisschen mitgenommen dann das kann der Bau einfach nicht dachte wieder also witzig soll ich heulen ja ich finde es immer wieder toll über seine Kindheit nachzudenken ich hatte wenig so wie ihr ja draußen spielen und dann mit dem PC kommen ich weiß bescheid du konntest nur draußen spielen wenn du aus der Mülltonne rausgekommen bist ja ich habe übrigens draußen gespielt in der Mülltonne ja schon mit dem PC draußen da gehört dein PC hin in die Tonne deine Internetverbindung ja und da hast du das er hat ihn kaputt war da weit steckt eben manche Busch trommeln sind besser als dein Internet die Stiftung die Stiftung steht mit dem Stiftung die Stiftung zu machen wenn du es um zu singen doch ich habe einen auf Busch trommeln er war das machte der Internet überhaupt ein Neger drinnen trommelten zu übertragte Daten ja man hat dann zumal im privaten ich habe immer gut die Worte nicht vor aber was weiß ich falsch gemacht ja du bist falsch bei dem Hebel hier kann ich so schnell alle anderen Hebel nicht alle 2 weil es nur ein Ort ist es hätte die Weihnachten da am Ende des Flags die 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 Echtern in den Klimawandel wir werden es eigentlich wird und von Juli wenn du musst es hinterlegt bei den E-Mal-Alber-Arbeiter die schon wie sie tun der Heimler der Leiter der Leiter ist es einfach nur zu lernen der Gertenswert die Schatz haben der kursiert bei der zieler nicht verschafft haben ist er auch der komische geist wurde alles weiß so einfach aktuelle niederkennt die speichert einfach alles rein was immer geschäft ist und wenn irgendwo die beiden quasi die selben sind wie auf ihrem lieb leider hast du verkackt haben wir damals mit mockingbird gehabt da er hat es von ich will ja nicht wieder gut herr von dem padel ist genau kommt im september oder im november zwei teile raus endlich aber das sollte nicht so gut sein hat mir der trailer nicht so gefallen der arbeit ist aufgeteilt und ich war das überhaupt nicht gut ist wofür die gesamte die hebe funktioniert einfach nicht auch nicht fertig mit der grund ein städt und für die leute älteste und scheitungen prägt mich dazu zum morgen wir können uns ein computer bauen bei minecraft nach wirklich ja er war waren der ist fast einfach ohr aber auch bei der computer dann kann ich einfach nur sagen wenn ein signal an oder aus geht er dass du das nicht das kann ich sogar programmieren a ein riesiger minecraft computer das ist doch nicht gesehen wobei die übte typen meint er muss aber auch dafür dass er geht da ist drauf ja ein normal ein paar sie da posten wird es tun doch natürlich die jahre auch ohne bau und aber wir bauen uns mit mod alter weil das ist nicht einfach und ich kann es programmieren er geht nicht ums programmieren es ist nicht die funktions prinzipien eines computers hier ihr wisst nicht was ich meine soll ich mal ein ich weiß was du meinst ich weiß was du meinst aber wenn ich ein computer baue da will ich ein programmierbaren computer haben weißt du wer kann rechnen ja 1 plus 1 2 plus 2 er soll aber mein computer nicht das habe ich übrigens schon selber gemacht er war ein computer das soll hier aber nicht nur einfach nur schnell oder wie ein computer soll Lichter an und ausschalten wo ganz großes kriegt haben denn das kriegst du dich erde und wird so stark die geschäfte augen wir das einfacher als er besser computer danke gut und das ist es gemacht bei mir fehlt 6 oder so alter das noch kaputt dann habe ich vier und sechig mal vier und sechzig Prozent aber auch dass er die Zeit gekocht dann wird die Folge schon weiter rum er hat er sich jetzt sehen Prozent da hat er seit vier Minuten auch wenn er glaube ich ja auch 15 das ist immer zu einer weiteren gefunden bis dann tschu Tschööö